Ich hab's ja schon gesagt, wir machen ein kleines Gewinnspiel für alle diejenigen, die zur FIBO gehen. Es gibt zu gewinnen einen 100 Euro Gutschein. Jeder, der zur FIBO fährt, sollte sich einen Muskelmacher-Shop-Springer oder alternativ ein Muskelmacher-Shop-T-Shirt anziehen, davon ein Selfie machen oder irgendwie anders ein Foto machen, das mit dem Hashtag Muskelmacher-Shop in sozialen Netzen posten. Um zu gewinnen, gibt es einen 100 Euro Gutschein, also wenn ihr zur FIBO fahrt, dann zieht euch am besten entweder hier bei gutem Wetter den Stringer an oder bei nicht ganz so gutem Wetter zieht ihr euch das T-Shirt an mit kurzen Ärmeln und dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, einen 100 Euro Gutschein zu gewinnen. Um die Sache nochmal kurz zu machen, diese Stringer hier, die verkaufen wir gerade für 1,99 in Aktion, die wird dann auch wieder vorbei sein. Das machen wir einfach nur, damit möglichst viele Leute günstig zu so einem Ding kommen können. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es eigentlich nicht möglich ist, den für 1,99 zu verkaufen. Wir machen es jetzt einfach vor der FIBO trotzdem, um dieses Gewinnspiel mit euch machen zu können. Deshalb, wer hinfährt, kann auf jeden Fall teilnehmen. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen. Ich selbst habe noch nie was gewonnen. Ich habe kein Glück im Spiel, aber dafür in der Liebe entscheidet euch selbst, was euch da lieber ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon. Wir sehen uns im nächsten Video.